Willkommen auf unserer Versuchsanlage, auf unserer Speicherversuchsanlage. Hier läuft das Projekt Underground Sun Conversion. Bei diesem Projekt geht es darum, erneuerbare Energie in einer ehemaligen Erdgaslagerstätte, ungefähr 1000 Meter unter der Erdoberfläche, in erneuerbares Erdgas umzuwandeln und zu speichern. Wir brauchen das deshalb, weil es ist ja unbestritten, dass wir die Energiegewinnung aus Erneuerbaren massiv ausbauen müssen. Das wird vor allem Solarenergie sein und Windenergie sein, weil in Österreich gibt es nicht mehr viel Potenzial, Wasserkraftwerke zu errichten. Und wenn wir das so machen, dann ist an einem Tag wie heute, wo die Sonne scheint und vielleicht noch ein bisschen Wind geht, mit massiven Energieüberschüssen zu rechnen. Gleichzeitig haben wir im Winter, wenn es kalt ist und die Sonne nicht scheint, beziehungsweise auch die Wasserkraftwerke durch Niederwasserführung wenig Energie liefern, kommt es zu einer massiven Unterdeckung. Wir müssen also Energie vom Sommer in den Winter transferieren. Es geht darum, die Sommersonne zu ernten und zu speichern, damit wir im Winter nicht frieren und nicht im Dunkeln sitzen. Das kann man auch vergleichen mit der Landwirtschaft. Auch hier wird im Sommer das Getreide eingefahren und gespeichert, damit wir im Winter Brot backen können oder auch im Winter Brot backen können. Konkret ist es hier so, dass wir in einem ersten Schritt erneuerbare Energie in Wasserstoff umwandeln. Das heißt, Energie wird in einen Energieträger, in einen speicherbaren Energieträger umgewandelt. Das passiert in einer Elektrolyse, wo Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. Die Speicherung von Wasserstoff haben wir schon in einem Vorgängerprojekt erfolgreich getestet. Und dabei sind wir aber draufgekommen, dass in diesen ehemaligen Erdgaslagerstätten Mikroorganismen, sogenannte Archeen, vorhanden sind, die auch ursprünglich für die Entstehung von Erdgas verantwortlich waren. Und diesen Entstehungsprozess von Erdgas kann man quasi wieder in Gang setzen, nur auf erneuerbare Art und Weise. Das funktioniert so, dass man diesen Wasserstoff gemeinsam mit CO2 in die Lagerstätte einbringt. In dieser Lagerstätte wird durch einen mikrobiologischen Prozess Wasserstoff und CO2 in Methan, sprich in erneuerbares Erdgas, umgewandelt. Dieses Erdgas können wir dann über unsere bestehende und europaweit existierende Infrastruktur verwenden. Bei der Verwendung von Erdgas wird natürlich wieder CO2 frei, aber nur in einem Ausmaß, wie wir es vorher im Prozess gebunden haben. Das heißt, wenn wir dieses Konzept umsetzen, dann kommt es zu einem nachhaltigen und geschlossenen Kohlenstoffkreislauf, wie auch auf diesem Bild zu erkennen ist. Wasserstoff und CO2 wird in die Lagerstätte eingebracht. Mikroorganismen wandeln Wasserstoff und CO2 in Methan und Wasser um. Und dieses Methan kann ich über die bestehende Infrastruktur nützen. Auch heute erbringt die RAK bereits als einer der größten und führenden Energiespeicherbetreiber Europas die Dienstleistung in Form von Speicherung von Erdgas in geologischen geeigneten Lagerstätten. Das Ziel dieses Projektes ist daher die Weiterentwicklung dieser Dienstleistung für ein erneuerbares Energiesystem. Das heißt, in Zukunft wollen wir erneuerbare Energie umwandeln und speichern. Wichtig dabei ist, dass dieses System ein hohes Maß an Flexibilität gewährt, weil wir müssen ja die Energie dann ernten, wenn sie da ist, also wenn Sonne und Wind im Überschuss da sind. Gleichzeitig müssen wir CO2 gewinnen oder einfangen aus der Luft oder aus Industriebetrieben. Und auch das passiert nur dann, wenn dieses CO2 anfällt. Das heißt, der große Vorteil einer großvolumigen Lagerstätte ist, dass ich dieses Volumen als Flexibilitätsinstrument einsetzen kann und diesen Umwandlungsprozess so gestalten kann. Ja, also bei diesem Prozess wird quasi die Umwandlung von Energie in einen speicherbaren Energieträger und die gleichzeitige Speicherung miteinander kombiniert.